Hallo und Willkommen zurück zur neuen Runde Sea of Stars. Juhu! Ah, es schaut einfach so gut aus. Ist da hinter dem Wasserfall was versteckt? Nein, ach Gott. Wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Jump, jump! Kann ich dich ziehen? Yes! Oh, du bist ein böser Vogel! Nein, du bist ein lieber Vogel! Das sind böse Vogels! Äh... Passt, dir alle zwei kriege. Klatsch! Tschüssi! Was? Nichts tschüssi! Oh weh! Das gefällt mir gar nicht. Aber jetzt... Und auch bei dir! Weg mit dir! Oh, was ist das? Aha, ich wusste es. Korallendolch. Das ist für Seel, oder? Ach, nein. Für Seerei. Dann hätten wir einen Silbernen-Dolch gehabt. Ach, das ist ihre Alter. Haben wir da was besseres? Nein. Oh, das war schon... ... ich weiß nicht, warum... ... ich weiß nicht, warum... ... ich weiß nicht, warum. Danke. Das ist alles interessant, doch. Ist ja nicht so. Aber, ihr habt einen Geist-Arten. Es ist ein leichtes Eindringboden und der nächste Hände. Hier heute ist ein Reichenboden. Dumme, das ist ein hier. Ja, das ist ein leichtes Eindringboden. Es reicht noch nicht ganz. 12. Jetzt lachen wir easy peasy weg. Hier mit 3. Oh, sie hat jetzt rote Dolch. BAM! Wir sehen so gut. Okay, wo gehts da hin? Ach, wohl auf die 12. Jetzt 3 Vögel. Und alle sind so blöd weg, der Mann. Können die nicht zusammenstehen oder so? Wie finde ich den Soundtrack so geil? Au, 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 au. Kotz mir nicht, du. Kacksturm. Der kackt und so. So, einer weniger. Dann gehts hier an den Kragen, mein Freund. Au, bleib weg von mir. Nein, der kackt bin zu haben. Oha. Der macht richtig gut Damage. Aber für Ihrem reicht's. Da liegt doch ne Truhe drin, oder? Ich seh's Hau genau. Regenbogenschnecke. Sachen, die ich nicht haben will. Da hinten liegt was. Wir müssen nochmal zurück. Das ist eine Kombo-Attacke normalerweise, oder? Nein, was machst du? Die nehmen uns schon. Das ist so komisch. Es ist bloß so ein Ninja-Kopf. Quack-Kopf. Die machen richtig gut die Blowchips, ne? Uh. Das war sogar richtig. Dün-dün-dün-dün! Ich hab bloß 200 Leben. Blöckus! Nein! Seelbekannten Blowchup! Und was für ein Intensiv! Mit Schlucken! Spuckst du mal wieder aus? Nein! Er schluckt den Ganzen! Ach, come on! Erfolgreich geblockt! Und tschüssi! Gib und Sail wieder! Das war jetzt doch ein bisschen sehr intensiv. Kommbo-Skill-Mondklinge. Geiler! Und Milch! Jo, ich bin zusammengegangen. Hm, nicht so geil. Frische Sail-Milch oder was? So, da sind wir wieder. Aber das ist doch immer so. Wenn es zwei Wege gibt zum Gehen, dann geht immer den Falschen. Auwe. Okay, da ist nicht Ruhe. Saphir-Erz. Geilo! Mal hier lang. Mal das da reinklatschen. Muschel! Das wird dann wohl der Altar. Also die Muschel hier hin und... ...wagel, wagel, 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 wagel. Äh, das ist es. Ich kann die Magie spüren. Ich glaub, du spürst bloß ganz was anderes. Magische Muschel erhalten. Du kannst jetzt Unterwasserabschnitte erkunden, indem du in Strudelt haust. Probieren wir's. Jo. Boah, geil. Aber bissl dunkel. Wieso bin ich dann da auch nur begrenzt? Ich kann doch... ...tauchen. Was versteckt? Nö. Wow. Hol die Abkürzung. Einmal Speyer. Die verlorene Stadt. Lokale. Die Orakel der Gezeiten. Oh nein. 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 Wo... Muss ich jetzt lang? Wieder zurück, oder? Lokaria See. Das schaut mir sehr richtig aus. Können reinspringen. Gott ist das tief. Wow. Wow, ist das geil. Das ist richtig schön bunt. Da können wir schlafen. Grüß dich. Wow, bist du ein Händler? Willkommen, wir führen jede Menge Ausrüstung. Uff, jetzt wird es teuer. Ich weiß nicht, wir kriegen bloß 20 Gold. Genau, die Sachen haben wir ausgerüstet. Geschnitzte Schwert, Deckel, Stopp. Das ist eh ausgerüst. Ah, das war was für ein Gaal. Das weg. Oh Gott, ist das schlecht. Über sowas haben wir uns am Anfang gefreut. Das behalte ich mal noch. Diese Sachen auch. 902. Kittel, okay. Eigentlich kann man auch noch für ein Sädel holen. Korallenstab. Komischerweise, Knöchernstab, den verkaufen wir gleich. Finden wir für jeden irgendwas. Auch für Valerini. Okay. Schaut stabil aus. Und was hast du? Such dir nach Item. Rezept. Julio Beth. Was ist das? 144. Wow, 110 LP plus 6 MP. Noch besser, wenn man sie nicht selbst zubereiten muss. Das ist mit jedem Essen so, ne? Wirklich mit jedem fucking Essen. Es ist besser, wenn man es nicht selber gemacht hat. Ich kauf das. Kann ich eigentlich... Kann ich sogar verkaufen. Okay. Tomaten... Tomatenzwiebeln. Und die haben wir nicht voll, gell? Oh, ich kann da so voll kaufen. Die klangen auch mal Tomaten, weil die haben wir relativ voll. Was ist das denn? Wovon gehts da hin? Na gott... Solche Strudel können da in Häuser sein? Shit, oh gott... Da sind gleich mehr oder ne... Was soll ich machen? Im Norden liegt der schreckliche Birg, den wir Schmerzenspitze nennen. Es heißt, Krieger der Sonnenwände hätten vor Generationen Böses darin eingeschlossen. Ich frage mich, was so schrecklich sein kann, dass selbst sie davor geflohen sind. Puh, jetzt habe ich Angst. Okay. Komische Bude. Komische Bude. Gehen wir da zu ihrer Truhe? Nö, aber... Korallen war sie. Ja! Hm. Ja! 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 Ja!